Wir sind sehr erfreut, dass wir da mitmachen dürfen und die Möglichkeit haben, zusammen die Marktbedürfnisse zu steigern, um den Swissbau-Kunden zukünftige digitale Lösungen an einem Case zu zeigen. Als Projektleiter dieses Innovationsteams ist es eigentlich für mich schön zu sehen, wie die einzelnen Teammitglieder ihre einzelnen Fähigkeiten zusammenbringen und wie wir diese in den einzelnen Workshops an den einzelnen Standorten immer wieder zusammenführen können, um einen Mehrwert im Projekt eigentlich generieren zu können. Wir spüren es wirklich wie eine Reise, die wir auch machen, was sehr, sehr motivierend ist. Das gibt viel und ich freue mich mega auf den Swissbau und den iRoom erleben zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.